Ja, moin moin Leute, euer Tau hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Die haben nur eins, zwei meine ich. Sorry, Tau. Das macht nix. Hallo, lieber Tau. Alles wird gut. Ihr seht es schon, grüne, grüne, grüne Kettenhandschuhe. Ja, liegt einfach daran, ihr wundert euch vielleicht, neue Aufnahmesession. Und ich hab gesagt, hier, komm, wir gehen mal eben da hinten hin, beziehungsweise Zero. Wir starten da hinten dann die Folge neu. Und ich hab gesagt, ja, ja, komm, dann killen wir hier nochmal ein, zwei Sachen und machen hier so ein, zwei Truhen auf. Wir finden sowieso nix. Und was fällt denn aus der Urne raus? Kettenhandschuhe. Na toll. Ja, ja, ja. Ich hab's ihm gesagt. Ich hebe sie jetzt mal auf, identifiziere sie und wir sehen, das sind Kleegloss, Kneifer, also sowieso Müll. Ja, ich meine, wir sind auf Normalakt 2, ich bitte nicht. Ja, also verlangsamt zielen um 25 Prozent, wegstoßen hat das noch mit drin und Verteidigung 9. Ähm, möchtest du die vielleicht haben? Weil ich hab, äh, relativ gute. Ne, die brücken mir nichts. Na gut, ich, ne, mir auch nichts. Ähm, ja, gut. Es ist tatsächlich soweit, wir schmeißen schon grüne Set-Items weg. Okay, schau mal. Ich guck mir das nochmal an. Ja, weil meine sind ätherisch, reparieren sich aber, also, und geben mir noch Stärke und Geschicklichkeit. Weiß nicht, ich würd sie ja gerne mitten im 5-Halfall, wenn das wieder andere Sets finden, weißt du? Aber komm, kein Scheiß drauf, ganz ehrlich. Ja, ich glaube fast, dass wir gar nicht dazu kommen, das 5-5-Set zu finden. Ja, wer weiß. Unglück haben. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt so viel Glück haben. Okay, ich hab allerdings auch gesagt, dass wir hier nichts finden. So schnell kann man sich erinnern. So, ein Amulett. Ein Amulett. Was mich irritiert ist, dass man damals, ich weiß es noch, mit dem Mausrat seine Fähigkeiten ändern konnte, die man mit F-Kosten belegt hat. So geht das jetzt nicht, ja, das ist ganz seltsam. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hab keine Ahnung. Das wäre für mich viel bequemer. Über in die Optionen rein. Säuerung. Vielleicht kann ich einfach Mausrat machen. Lensbaum, Fähigkeit, kann man hier Fähigkeit umschalten? Vorherige, Fähigkeit auswählen. In oben, nein, nein. Ich kann nicht noch mehr tragen. Nein, denn ich mach die Maustaste, die natürlich auch nicht funktioniert. Das ist jetzt, das ist jetzt, ach egal. Was ist los? Ach, der Langen, ich bin immer noch am überlegen, ob ich als Zweitwaffe wirklich einen Sperr nehmen soll oder so. Das Problem bei der ganzen Sache ist, die brauchen immer so viel Stärke. Das ist doof. So, hier haben wir ja den Ersten, ne? War das der Erste? Ja gut, da wir das Spiel neu gestartet haben. Ja doch, der Kreis war das Erste. Ich wusste jetzt nicht, ob er vielleicht doch die, äh, die Gruften? Ne, wie heißen sie denn? Der Fakt ist, dass, äh, auf jeden Fall, äh, sich die, äh, Grabmäle resetten. Das heißt, es kann sein, dass es jetzt zum Ersten ist. Äh, ich glaube aber nicht. Das Symbol müsste sich eigentlich nicht verändert haben. Ja doch, das Symbol verändert sich. Okay, es hat sich verändert, ich hab's gerade mal gesehen. Boilala! So, wo gehen wir rein? Äh, von mir aus können wir in den Kreis reingehen. Okay. Das ist er bestimmt, ne? Deswegen willst du da rein. Ich sag mal so, lass uns in den Kreis reingehen. Umso länger haben wir was davon. Aua! So, den Mana tränke ich nämlich gerne mit. Oh, naja, die Rolle. Schön. Oh, oh, ganz viele Uhren. Ganz viele Uhren. Wieder grünen Items. Ah! Ah, war toll. Oh Gott. Ein Raum voller Skelette. Ah, ein Lied. Einfach Schäden. Einfach Kettenblitz ausrüsten, ne? Kettenblitz. Take this Skelette. Meine und vor meiner Macht. Des Blitzes. Bringt mich. Du sollst nicht ausgreifenden Blitzen. Geht doch. Bringt mir aber nichts, wenn er sie wiederbelebt. Okay, ich teleportier mich rein. Ich bin ein Kranker. Irrer. Okay, ich teleportier mich raus. Ich bin ein Feigling. Das war mir auch ein bisschen zu krass aus. Alter, sind die Dinger voll. Aua, aua, aua. Diese dumme Käfer, ne? Ich mag sie einfach nicht. Ich mag sie einfach nicht. Ich komm gerade mit meinen F-Tasten ein bisschen durcheinander. Seid alle vergiftet. Er liegt meinem Gift. Ungroßer Zauber. Hey. Okay, ich habe gerade wieder Pfeilmangel. Aber ich denke, ich habe da gerade wenigstens einen Drop gehabt. Oh Gott, die Blitze. Sie töten mich einfach. Ja. Was sind solche? Ja, diese Blitze, die sind einfach. Boah. Alter, lass mich. Bitte. Oh. Ah, ah, ah. Er geht doch nicht zu mir. Ich bin halt fort, wenn er mich anguckt. Er ist aber ein Champion. Und stimmt. Jawohl. Was? Wo ist er? Wo ist er? Ah. Da hängt er hinterher, ich kann ihn nicht treffen. Er bringt mir auf den Skelette jedes Mal wieder. Sogar zwei. Aua, aua. Oh, jetzt reicht's mir. Ist doch Witze. Hä? Warte, da ist ein Skelett. Ein Schrinder. Oh, ich mach dir ein TP. Warte, ich mach dir ein TP. Das wär nett. Alter. Äh, ja wie gesagt, da sind nicht nur zwei Champions. Ich hab mich jetzt mal eiskalt reingebootet, um von hinten auf sie einzuschlagen. Oh, ich kann nicht. Hä? Warum kann ich das TP nicht benutzen? Hallo? Weiß nicht, hast du immer noch durch das BP? Doch, willst du es haben, ne? Doch, das hab ich. Guck mal an deine Quest. Ja? Hast du vielleicht noch diesen Magier, den du töten musst? Hm, nee. Ah, ich hab aber gern sie in die Stadt zurück, um weitere Informationen zu erhalten. Warum? Ja, keine Ahnung. Solltest du machen, sonst würdest du jetzt die Quest nicht kommen. Danke für eure heldenhafte und die dämonische... Jetzt hab ich's. Ach, und jetzt, wo ich sie abgeschlossen habe, steht, sie haben die Quest in einem bereits früheren Spiel abgeschlossen. Ja, genau. Jetzt geht es. Immerhin das. Äh, plus 83 zu Angriffswert? Äh, was für ein... Naja. Ähm, Moment. Habe ich noch einen Gürtel mit Angriffswert? Das ist nur ein kleiner. Äh, ne, ich lass es so. Oh, da hat er die Rolle. Ähm. Habe ich bloß nie gesagt, dass ich mich keinen ändere, wenn wir nur noch zu einem Kreisberg sind. Äh, hätt mir einmal rum alles getötet. Ahaha. Stirb. Geht doch. Eieieieiei. Oh Gott, ich dachte gerade, ich hab mich gerade von dir erschrocken. Mein. Oh nein. Oh Gott, nein, nein. Blitzkäfer. Ich mag Blitzkäfer nicht. Ich hab dich dahin geportet. Nein. Nimmst du dein eigenes TP? Ja. Gut. Habst du eine gute Idee gehalten? Dum dum dum. Oh, ihr komischen. Au. Meine Güste verabschiedet sich bald. Ja, meiner auch. Das ist meine MF-Rüstung. Mag meine. Da sind die Säure versteckt. Dann müssten wir jetzt eventuell entweder eine Ortruhne finden. Damit du reparieren kannst. Die besseren Steine. Hab ich überhaupt Topasse? Einen kleinen Wege im Topass. Ich hab auch noch. Irgendwas hab ich auch noch. Kehler. Na, hab ich noch. Na gut, na gut. Ach, nach oben können wir noch. Genau. Seh ich ja gerade so nebenbei. So nebenbei. Genau. Oh. Das ist doch gar nicht die richtige Radmach. Das ist das Richtige. Du bist extra hier reingegangen, weil es das Richtige ist. Nein, 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 nein. Ich hab doch gesagt, umso mehr haben wir davon. Okay, gut. Dann ist ja gut. Kenn dich doch. Wenn ich jetzt in das Richtige gegangen bin, wärst du voll ausgeteilt. Das Richtige. Außerdem glaube ich, dass eine gewisse Person jetzt noch ein bisschen schwer sein dürfte. Und das kann gut sein. Ich muss sagen, das ist die Übel, das uns wartet, hat ziemlich viel Gift. Bahnetrack. Sauer. Na toll. Willst du ordentlich heule. Ich sehe es ja jetzt schon. Ja, deswegen hab ich mich nicht aufgehoben. Hab ich es wieder liegen lassen. Hm, was haben wir denn hier noch? Oh, level up. Schön für dich. Ah, na, na, na. So, wie sehen meine Fehligkeiten aus? Ich muss ja definitiv mehr auf Wärme gehen. Ähm, Frostschild muss ich auch bald mal drauf gehen. 24. Level 22. Okay, komm, Zitterrüstung. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Entweder ich mach' ne komplette Schädelrüstung. Tja, 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 tja. Was mach' ich? Zero, was mach' ich? Was mach' ich? Was mach' ich? Ich weiß es nicht. An sich müsste ich ne komplette Schädelrüstung machen. Für Geschicklichkeit. Hm. Ähm, ist deine Rüstung jetzt schon kaputt, oder? Nö, die hat noch Haltbarkeit von 3. Ah, okay. Meine hat nämlich noch von 2, sonst hättest du den nämlich haben können. Ah, das ist echt gemein. Was denn? Ich hab' noch ne Rauchkugel gefunden. Aber die hat keine Wärme. Ich hab' eine Rauchkugel mit 1 zu Wärme. Ah, okay. Der andere kriegt mir 2 zu Ketten, äh, zur Zitterrüstung und 2 zu Feuersbrunst. Was ist denn, wenn du die einfach als Zweitwaffe ausrüstest? Ich bin überladen. Feuernbrunst ist jetzt auch nicht so geil. Ups. In der Sekunde hab' ich gedacht, ich kann mit WRSD laufen. Uhuuhu. Schön, ne? Hammer. So, gehen wir hier rein? Windwind. Okay. Oh. Ich weiß, ich darf den Wärme. Mehrfach sch***. So, toll. Lüft mich noch der Blitz von denen. Oh Gott, Zombies. Na toll, ich bin weg. Das wollte ich vermeiden. Wenn die Typen sterben. So ziehen die, glaube ich, nochmal. Aber es besteht dann eine Giftwolke. Die ist ziemlich weg. Ja, ne Falle. Okay, der Klo ist hier ausgelöst. Ich kann nicht noch mehr tragen. So, Mana träg ich irgendwo dazwischen? Ich bin voll Mana hungrig. Echt, lasst mich. Ich lagen mich zweimal. Ich bin gliedisch tot. Mana. Nein, 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 nein. So, hab ich deinen Charme gehört? Ja. Neues Blitz, ne? Noch, noch mehr von denen. Och, man, oh. Oh, neun Prozent ausgeweiften Monster. Ich bin begeistert. Es gibt sowas. Wer braucht sowas? Nochmal, was hast du gefunden? Extra Gold. Neun. Ja, gut. Wer braucht denn so einen Scheiß? Wahrscheinlich Leute, die Sachen reparieren. Ja, komm. Du hast da ein, zwei Mephisto ranz und dann ist gut. Weil die Charmes sind ja später erst entstanden. Nachdem Battle Netsch schon recht groß war. Alter. Ich bin übrigens erstaunt, dass ich immer genug Mana finde, um zu überleben. Ja, das ist doch super. Aber hab ich mir ein bisschen schwerer drauf gestellt. Oh, diese Käfer, ne? So. Au! Was zum? Okay, irgendwie ist nicht so weit gut, dass ein Legendärer ist. Ne, warst nicht mal in meiner Nähe. Ähm. Wer hat mich vom meisten geschlagen? Zero. Du bist gestolpert. Du bist hingefallen. Mach mal ein TB auf. Hast du wieder wahrscheinlich keins, ne? Na, natürlich hab ich eins. Ich glaub natürlich ins Gift. Ohne Rahlruhne. Sehr schön. Tö, 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 tö. Aber sonst nix Hardcore-Schönes. Gucken wir mal, was hier so drin ist. Yeah. Yeah. Ja. Willen wir was Gutes? Nein. Einen Ring seh ich gerade, einen Ring. Ein Amulett. Aber Amulett hab ich eigentlich schon mein MF-Amulett. Blaue Sachen guck ich schon gar nicht mehr an. Ja, ich guck nur Sachen an wie Ringe. Aber gut, das Amulett brauch ich nicht. Dafür hab ich schon mein MF. Denn ich suche ganz viel MF. Ach so. Oh, na dann. Wir haben übrigens ne Rahlruhne gefunden. Ich will ne ID-Rolle. Wir haben trotzdem ne Rahlruhne gefunden. Aber ich will ne ID-Rolle. Aber wir haben ne Rahlruhne gefunden. Ja. Was bitte? Hab ich doch schon hingeschmissen. Ich seh sie schon, ich seh sie schon. Ich hab mich nur kurz aufgerechnet. Irgendwo in der Ruhe. Ich lieg hier auf ner Couch. Tz, tz, tz. Okay, ich bin zufrieden. Also sollten wir irgendwann mal ID-Rollenmangel haben, dann soll, äh, kann ich nur empfehlen, wir gehen in die geheime Zuflucht. Ja. Äh, da, boah. Da droppen wir die ja wie Smarties. Oh, wo kommt ihr denn her? Hab ich gerade wirklich gesagt? Wir droppen die da wie Smarties? Ja, wir draußen. What the hell? Naja. Passi. Oh, nein. Keine Sorge. Ich weiß nur, Rack 3 ist, aber ich hab das Ganze gegessen mit dem scheiß Wichern. Na, echt. Oh, ist denn die so schnell geworden? Weiß nicht. Oh, ein Schuppenpanzer. Und, wie oft? Zweimal. Das ist zu wenig. Hier würde ich begrüßen. Vier Stück. Oder gibt's so sechser? Kann das sein? Ich glaub schon, ne? Ja, aber die sind, glaub ich, so selten. Der ist auch nur zweimal. Der Stab zweimal gesockelt ist, das ist geil. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Glaub ich, ich kann mir ein Runen-Board aus zwei machen. Ich glaub, die Runen sind zu wertvoll dafür. Außerdem glaube ich nicht, dass wir das Level noch schaffen. Das kann gut sein. Oh, Fähigkeiten. Ja. Mal ne Regeneration. Ach, du Scheiße. Das wäre ich verloren. Ja, wieder so ein Käfer. Echt widerliche Käfer. Oh, Kettenpanzer. Ich schau, äh... Mir hat die Klammerkugel interessiert. Reiz zu Feuerball. Das ist wie Wärme. Das ist wie Wärme. Ich halte jetzt auch mal ein bisschen Ausschau für dich nach, äh, besockeltem Kettenpanzer. Das ist doch ne Rauchkugel. Wattung, Zombie. Ein zu Nova. Nova ist jetzt nicht so der Oberkracher. Ich muss zu nah ran für Nova. Deswegen mein ich ja. Ich zwei Blitzer ab, bin tot. Ist klar. Das tut er hier. War das nicht auch irgendwie, dass man in jedem Akt einen bestimmten Widerstand braucht? Pro Schwierigkeitsgrad sinkt der Widerstand, ja. Ne, ich meine, dass, dass, äh, dass man sagen kann, in dem und dem Akt braucht man das und das. War das nicht? Akt 1 war, war Gift. Akt 2 war Blitz. Akt 3 war... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab nicht mehr in das Hell beschäftigt, weil ich war. Und Akt 4 war ganz Feuer. Ich war nie länger als, äh, drei Stunden in den verbalen Hauptkraft. Ich hab mich immer hoch gewaschen, die sind dann mit dem Kettel sofort abgegangen. Ah. Oh, können die auch mal sterben? Ich dachte, da ist so ein Lungen, der ist irgendwie. Ich will schon. Der reicht die ganze Zeit aus. Ich weiß, ich muss so ein Lungen. Ja, ja, ja. Ah, der hatte Steinhaut, deswegen. Halt die Klappe. Boah. Zweifach gesockelter Helm. Zweifach gesockelter Helm ist gut. Ich hab noch einen zweifach gesockelten Helm, wo nur ein Topaz drauf ist. Oh. Dann nehm ich den. Obwohl. Tatsächlich ist mein... Ist mein Set-Helm noch besser. Weg damit. Da warte ich lieber noch auf einen besseren Helm. Gut, gut. Dann haben wir hier jetzt zwei Dinger durchgemacht, wa? Gehen wir mal zum nächsten und, äh... Stolzieren mal morgen in das nächste Grab und schauen mal, äh... Naja, die Zero-Zuschauer, die, äh... Wissen ja noch nicht, welches Grab es ist. Die Tau-Zuschauer, also meine, die wissen ja, welches Grab es ist. Ja, ich zeigwisch mal ein paar Skorpione, ne? Mach mal. Ja, genau. Und, äh, morgen werdet ihr erfahren, ob es das ist, das Grab, oder ob es das nicht ist. Bis dahin. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.